ja link ist ein super name mit links wird so viel verbunden ha 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 einmal liken wenn ihr das verstanden habt ein autogramm von link von link das nur schon ist ja 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 höllendrache natürlich aha aha weilen vater verloren höllendrache feuer tempel feuerberg scheiß fucking äh äh scheiß fucking monster scheiße über den drachen kommen auch kommen der kleine der zitter hat auch tut er mir leid volvaria eine tochterfirma von volvo was mir bei volvaria eingefallen ist man muss da nur einmal irgendwo ein ende reinsetzen und das ding kriegt gleich wieder eine ganz andere bedeutung aber das mal so am rande die legende aus vergangenen zeiten ich weiß dass sie war heißt ja der vorfahren des vaters welches großvater war ja 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 gerohnt vater war gar nicht hier sondern befeuerte aha leute stadt ein und jetzt sollen sie ja opferung schlecht dieser olle granandorf überall macht er sich zu schaffen frau nicht kaufen ja klar wir kriegen nur rüstungen alle türen gehen auf so muss das sein So, und ich hab ja noch was. Geh mal weg da. Ich hab noch was gehört. Was ist denn? Da ist es ja. Falls wir abstürzen würden, müssen... Falls wir abstürzen würden. Falls wir abstürzen. Wir müssen ja eh runter. Tada! Nummer 18. Auf der Liste. Wunderbar. Zup. Uah. Uah. Gott. Knochen gebrochen. Aber egal. Wir laufen weiter. Ach. Mal so. Ganz provisorisch. Ach. Provisorisch. Präservativ. Zur Prävention. Mal hier. Equipment nachfüllen. Toll. Bomben. Nehmen wir mal 10 Stück. So. Schade, dass der Mann keine Pfeile hat. So. Dann mal weiter im Text. Ja, hier ist schon offen. Du. 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 Schick. Wo muss ich denn noch mal hinschieben? Rechts oder links? Oder so. Ach so war das. Alles klar. Dann, äh. Nur mal kurz zu Klump hauen hier. Rubine kassieren. Einrichtung demolieren. Pfeile einsammeln. Komm. Was sagt sie jetzt? Ja. Was meinst du, wo ich gerade hingehe? Äh. Todeskrater. Au. Ja. Man sollte die Rüstung, die man bekommen hat, dann eventuell auch mal anlegen. Zack. In Rot. Fand ich bisher immer am coolsten das Outfit in Rot. Zumindest harmonisch, dass hier so schön mit der Umgebung geht. Ach nein. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in der Reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie ist seit der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Ich muss sagen, Bolero des Feuers finde ich mit Abstand das geilste... Obwohl, nee, da kommen wir noch... Sagen wir mal das zweitbeste Lied. Von den ganzen, ähm... Wie heißen sie? Ja, Requiem, ne? Bolero. Wunderschön. Hätte ich mir jetzt mal so gerne als... moderne Umsetzung. Das Lied hat auf jeden Fall was. Link. Wir werden uns wiedersehen. What the fuck? Zack. Da haut er ab. Na gut, was heißt hier? Ja, haut ab, aber... Naja, das merkt ihr ja noch alles früh genug. Da oben ist ein Herzteil. Da kommen wir noch hier runter. Kommen wir noch mal hier ran. Gut. Dann... Stürzen wir uns so gleich mal in den Tempel. Und wir werden mit einem lachenden Gesicht empfangen. So muss das sein. Banzai! Na ja, okay, dann nicht. Haha. So. Und da geht's auch schon rein. Und da haben wir ein weiteres Viecher, das brennt. Ich wollte jetzt eigentlich ganz stylisch flüchten, aber... Geh doch mal kaputt. Was soll denn das? Dann halt so. Ich wollte eigentlich Pfeile sparen, aber nö. So gleich öffnen wir die erste Türe. Und was uns erwartet ist... Ach nein! Der Chef von dem Laden hier. Wer ist da? Bist du es, Link? Tatsächlich, Link! Du bist der Erwachsener und ein richtiger Mann! Ja. Gerne würde ich mich länger mit unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die Gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die vor ihm trotzten. Die ihm trotzten. Ich reiche das vor, die ihm trotzten. Wenn nur das Feierspein-Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Link, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Link. Joa. Da Link ja eh keine Widerworte gibt. Äh, ne? Da haben wir schon mal einen.